Ihr habt jetzt die Schuhe hinter euch und den Ernst des Lebens vor euch. Das wird die legendärste Party eines Lebens. Seid ihr die 8B vom Realgymnasium Kalmgasse? Und du bist? Freunde, Lexi. Lexi, Name ist Programm. Du, das haben auch gern für die fetten Kinder, sondern woanders. Das für heute Abend. Was ist das? Jessi? Leute, habt ihr die Jessi gesehen? Hast du dir im Bett nachgeschaut? Ich bin mit Punkt, 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 in Rufin, macht euch keiner Sorgen, sondern ich konnte immer nicht ausgehend zwinkern. Ficken! Wir müssen da weg. Ja, wir sind auf einer scheiß Insel. Die Polizei hat den Fährbetrieb eingestellt, vorläufig. Aber der Luke ist doch eh gestern Abend noch nach Hause gefahren. Ja, gestern war kein Platz mehr. Hallo? Jessica? Weißt du, mit dem Luke auch was passiert ist? Glaubst du, dass wir auf unserer Klasse abgesehen? Wir müssen das unbedingt der Polizei zeigen. Every year is the same with you people. You drink, then you laugh, then you drink even more. Ich hab doch 5000 Jugendliche auf der Insel sitzen. Das wird die legendärste Partie eines Lebens. Das ist die Einigkeit! Das ist die Einigkeit! Das ist die ein Worte. Einiges Worte.